Englisches Lammfleisch wird in Deutschlands gehobenen Betriebsrestaurants immer beliebter. Immer mehr Köche setzen das zarte Fleisch aus England als Hauptgericht auf den Speiseplan und Lamm-Aktionswochen sind längst keine Ausnahme mehr. Englisches Lammfleisch zeichnet sich durch seine besondere Frische aus. Es ist binnen 48 Stunden in Deutschland für die Betriebsgastronomie erhältlich. Ein weiterer Vorteil ist, dass alle gewünschten Zuschnitte lieferbar sind. Die Aufzucht englischer Lämmer auf den englischen Salzwiesens macht sich insbesondere durch seinen zarten, bräuterhaften Geschmack bemerkbar. Auch im Betriebsrestaurant eines großen Geldinstituts freuen sich die Mitarbeiter eine Woche lang jeden Tag über neue Menükreationen mit englischem Lammfleisch. Es ist schon wunderbar, mit frischem Fleisch zu arbeiten. Gerade das englische Lammfleisch ist sehr gut, aus der Erfassung sehr zart, Farbe sehr rosa. Und in der Zubereitung habe ich es heute Morgen frisch mariniert, kurz in der Kippertpfanne scharf angebraten, sodass ich an den Count an unserer Ausgabe halt per Kerntemperatur fertig gebraten habe. Dazu gab es Kartoffeln, Timiankartoffeln und Tomatenbohnen. Ungefähr jeder dritte Kantinenbesucher entscheidet sich, wenn es Lammfleisch gibt, für das leckere Hauptgericht. Das ist richtig toll, ne? Danke. 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 Danke.